Wie er aufgeht in dieser Rolle, Alter, nicht nur mal. Ich will ne Standard Counter-Strike-Source-AK haben. Ich hätte auch ganz gerne ne AWP, aber die kriegen beides nicht. Nee, die AWP muss ja nun nicht sein, aber... Alter, ich hab immer noch minus 6 Punkte, Alter. Wie viele Innos muss ich eigentlich noch töten, ey? Ich bin bei Biggie. Genau, Alter. Wie man schießt, Biggie! Hallo? Biggie, hallo? Flo ist bei mir. Mr. Flo, Mr. Flo, Mr. Flo, Mr. Flo, Mr. Flo, Mr. Flo, Mr. Flo. Ich hab Biggie erschossen. Biggie war Traitor. Mr. Flo? Mr. Flo kommt zu mir mit der Shotgun. Hamut ist hier schwer verwundet. Hat einer was über Hamut? Mr. Flo ist hier bei mir. Der bedrängt mich ganz schön. Ich hab jetzt hier gefunden. Ich hab jetzt hier gefunden. Aber es war so schlecht, ich hab ihn angeschossen aus Versehen, weil ich dachte, wir machen den eben zusammen. Hamut war... ...äh, Dingens. Hamut has left the game. Ja, aber Hamut war, äh, Traitor. Hä? Und Biggie. Ja, weil ich ihn angeschossen hab, außer Versehen, woher er sich auf Elo geschossen hab. Ich dachte, er macht dich mit mir, äh, wir machen dich zusammen, ey. Scheiße. Toll. Ich hab ihn nicht aufgenommen. Ey, wenn ich... Ich verspüße. Ey, es war so schlecht jetzt. Ey, Elo, verpisst dich. Verpisst dich. Ah. Elo wollte mich gerade gleich wegmachen und sind. Toll. Wenn du... Wenn ich Toiter gewesen wäre, wärst du als erstes gefallen, Alter. Na gut, dass ich deinen Namen schon gesagt hatte. Verpisst dich, Elo. Alter. Nun schießt. Ich hab noch nicht nur auf den Weg geschlossen. Was macht ihr denn da? Ich gucke. Okay, er hat... Er war Elo. Idiot. Karma for the win. Ja, Deins. Ha. Und noch jemanden, der mich umgelegt hat. Lol, das ist... Der andere, der ist gerade zum Wack gelaufen. Oh, das ist damit sich halt der Täter. Bigi? Ja? Ich bin bei der Flöte. Guck da. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt bei der Flöte. Ich laufe gerade rum an der Flöte. Ich hab nen halben Kilometer neben dir hingeschossen. Nen halben Kilometer. Du hast den Typen einfach geschossen. Wer war denn da? Ja, das war ein mega Reflex. Der kam aus dem Nichts, Alter. Ja, dann geh den mal bitte checken, Alter. Geh den nicht checken. Die checken nicht, dass die noch zu zweit sind. Hey, Alter. Check, check den feist. Ja, warte. Martin, Alter. Alter, ihr wart doch nur noch zu zweit. Ja, aber... Mann, Alter, Bigi. Die sagten nicht, Alter. Wir werden mich wehauen. Ich hab den gar nicht mitgebracht. Ich hab' gar nicht mitgebracht. Bist du in, Alter? Das hat dir deine Deine Leichtfleisigkeit jetzt eingebracht. Wir sind wenigstens nebeneinander gestorben liegen. Dann tritt mir den Scheiß weg. Komm, Moony, hab' dich nicht lieb. Du bist ja... Ja, er war auch Traitor. Moony, ich hab' dich lieb. Wiege bei mir! Flo ist bei mir! Ich bin Inno! Ich bin alleine, was ein Glück! Flo verfolgt mich irgendwie eklig mit der Schuhe! Ich mach den jetzt weg! Bleibt mir einfach alle Fan ey! Ich hab Flo weggemacht! Flo war Inno! Das ist jetzt kacke! Leute, ich bin wirklich Inno, aber der hat mich die ganze Zeit mit einer Schrotflöte umkreist! Und ich fühle mich bedrängt! Mun, komm her! Mun, pass auf! Du hast exklusives Recht! Wiege, was schleicht unter mir her! Ja, bleib bloß Fan, Martin! Du darfst mich erschießen, komm her! Bleib einfach weg! Wo bist du denn? Ja, das würde ich dir nicht sagen! Aber Martin, du regst mich auf! Verpiss dich, Martin, Alter! Verpiss dich! Verpiss dich! Wo bist du denn? Alter! Mun schießt auf mich! Wie gesagt, du sollst dich verpissen, Alter! Ich wusste nicht mehr, wo du bist! Du bist tot! Halt die Fresse, Nutte! Ich wusste nicht mehr gewöhnt! Entschuldigung! Entschuldigung! Toll, wie soll ich das jetzt machen? Theronimo! Ich selber die Fall lassen hab Aha, daneben Ach, die bitte noch, bitte Er könnte auch wieder quatschen Kein Spitz, aber der legt die Stealth aus der Hand, ey Da kommt man nicht mehr runter, das ist ja lustiger Hm, wenn ich mir das jetzt so angucke, denke ich, Illo war Trailer, da ist Trailer Wie kommst du denn da drauf? Nein, da ist nicht drauf, ich hab noch nicht auf der Tür gesprungen Erno, aus Distanz solltest du die Stipe ernehmen Ja, ich wollte auch gern sagen Ja, aber das hat Diggelus auch noch Ja, aber das sind nicht die Standard-CSS-Waffen Das sind die eigentlichen Waffen Hey, stirbt, Mann Alter, Illo, nie wieder Sniper, Alter Wo warst du? Ich war oben, ich wurde, nachdem ich Madding getötet hab Ja, zu Recht Nein, überhaupt nicht zu Recht Ich wollte, ich hatte sogar noch so die Theorie Ich so, knallt jetzt Illo ab, wenn Illo es ist, dann ist es, äh, ein Huhn Hab mir so gedacht Ah ne, lass dir mal Was soll ich durch, Alter? waiting Nice Aleko zählt so auf mich Viele, viele, viel zu viele Der Flo ist auf dem Sniper Spot Bobo ist bei mir Flo hat da mal Gelegenheit, mich wegzumachen Mardin ist auch bei mir, oder Lab, bepisst euch Bobo wieder bei mir Sniper Schuss gehört Mardin bei mir Ja, Moon ist hier Sniper Schuss gehört Hinten in der Kölzerung Ja, mal nach Fischung Ich finde einfach keine vernünftigen Rache, Alter, dieses scheiß M4 Unten läuft Sigi Alle Kro ist auch hier im Spiel Ja Hinten auf dem Sniper Turm Oder da auf dem Sniper Berg Das ist Flo Hier schießt aber irgendwer Ja, ist auch einer gestorben Irgendwo Aleko war's Ich habe Aleko erschossen Hallo, lass mich Lass mich die identifizieren Ja, ich gucke Ich komme mit Er hat gerade einer geschossen hier Hier müsste auch noch irgendwo eine Leiche liegen Warte, warte, warte Biggie war Traitor Scheiße, jetzt habe ich den Aleko dadurch getötet Ich wusste nicht, wer von wem welche war Naja, weil Und er hat ja auch Er kann ja nichts sagen In einem Teamspiel Also war das jetzt Nuss ein Kacke Wenn man hier auch überall Fallschaden kriegt Ey, das ist so nervig Schreibt mal nochmal Der beste Flo zählt da oben auf Illu so verdächtig Ja, Illu stand da aber eben eine ganze Weile still Nicht, dass das was heißen soll, aber ich habe es halt beobachtet Ach, Illu hätte mich immer wegmachen können, wo ich den Aleko identifiziert habe Liegt noch ein Toter? Illu, du miese Ratte Nee Von wo denn? Hier hinten beim Baum, wo du langgekommen bist Also wo du zu mir gekommen sein musst Da ist auch Martin gerade hergekommen Martin Bist du hart, Alter? Ich habe hier gar keinen erschossen Warte, warte, warte Ich guck mal nach, was erschossen wurde Ich habe noch nicht Der wurde mit dem Sniper erschossen Ja, toll Ich habe eine scheiß M4 Kannst du gucken, komm Hallo, hattest du nicht eine Sniper? Nee Ich habe den Flo da weggemacht Der hat einen Sniper gehabt Und saß die ganze Zeit hier oben auf dem scheiß Hügel Mr. Flo war inno Ich habe mich so erschrocken, weißt, ich habe den Flo weggeputzt mit der Silence Dreh mich um, Illu steht da Macht nix Ich denk so Was ist denn? Ach egal, dann ziehst du es durch Ich check den mal Ja, der war inno Wieso hat der inno nicht gleich identifiziert? Ich bin dann erst mal weg Herr Negro, warum hast du nicht identifiziert? Tschüss, tschüss Tschüss Dreh mich Tor mier 逢 Kiffe